Geht's los? Ich bin Valentin und ich freue mich in 2020 besonders auf die ganzen Rennen, die kommen werden und auf viele coole Events. Vielleicht moderiere ich auch wieder ein, zwei Events in Norddeutschland. Welche genau? Letztes Jahr habe ich die Sample Soul Beach Tour moderiert, alle Stops von der. Ich mache das wieder, mal schauen. Meine Ziele für 2020 im Stand Up Paddling Bereich ist definitiv wieder ein bisschen mehr Fokus auf Rennen zu geben und ansonsten möchte ich gerne besser am Surfen werden. Ein bestimmtes Rennen im Blick? Tatsächlich nicht so richtig, also eher so Technical Race, also Deutsche Meisterschaften wird bestimmt wieder cool. Genau, das ist ein bisschen Welle. Welle macht mir am meisten Spaß, es macht mir mehr Spaß wie nur Flachwasser und Long Distance. Du warst ja auch hier eben auf der Welle, ziemlich cool unterwegs. Ja, dankeschön. Ich büste dich danach. Sehr gut, war schön und hat Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf die Finalläufe morgen. Yeah, wir sind voll gespannt und wahrscheinlich auch mit der kleinen Kamera hier dabei. Cool, bis dann. Ganz viel Spaß dir noch. Bis morgen. Bis dann, ciao.